Die Tage deiner Trauer werden ein Ende. Heißt es beim Propheten Jesaja, Kapitel 60, Vers 20. Und im Johannes-Evangelium heißt es, über die Menschwerdung Jesu, Das Wort war Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade. Ich wünsche euch einen schönen Nikola-Tag. Wir sehen uns dann wie in der Trotter nach dem Wasser animals.